und einen wunderschönen guten morgen und damit auch recht herzlich willkommen zu einer runde masterbuilders und wir müssen ein haus bauen das kriegen wir doch hin das kriegen wir doch echt hin möchte ich meinen ihr merkt schon das kommt in letzter zeit ein bisschen auf das bei mir keine ahnung ich mag den spielmodus einfach super gern ist einfach ein cooler spielmodus was bauen wir denn für ein häuschen ich würde sagen wir fangen an mit unserem typischen mittelalterlichen grund gestellt 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 nee das war falsch habe ich hier richtig gemacht nee ich habe es überall falsch gemacht scheiße es kommt nämlich dahin und dann kommt hier 1 2 3 und ja keine ahnung das hier so rum 1 2 3 1 2 3 ich weiß nicht wie schnell ich das jetzt hinbekomme ich hoffe ich bekomme es in der zeit die uns gegeben wurde nämlich fünf minuten hin wer mich noch nicht kennt ich bin so ein typ der auf youtube videos macht ich wollte es einfach noch mal erwähnen weil in letzter zeit bei meinen masterbuilders folgen immer mehr neue leute dazukommen was ich ziemlich geil finde also danke an euch alle liebe leute jetzt nehmen wir uns natürlich noch ein bisschen cobblestone weil cobblestone immer cool ist ne wisst ihr was wir nehmen uns ein bisschen holz und ein bisschen wool und dann sollten wir eigentlich ganz gut gut to go sein so jetzt klären wir hier unten das alles mit dem zeug aus so bam 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 scheiße wir haben schon 1,2 minuten verloren aber ich bin der meinung das kriegen wir hin das kriegen wir doch hin so jetzt bam 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 kommt hier überall wolle hin wir machen einfach viele fenster weil viele fenster cool sind fragt mich nicht wieso viele fenster sind halt einfach cool das blöde ist ich kann jetzt keinen boden reinmachen christoph würde mich jetzt umbringen weil christoph noch kennt ihr seid coole leute weil christoph auch cool ist manchmal zumindest so machen wir das hier mal hin und machen wir das mal so bam 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 machen wir mal so machen wir mal so das werden alle fenster ich glaube das sollten die meisten erkennen so bam 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 so was können wir denn jetzt machen wir brauchen natürlich eine eingangstür ich bin der meinung die kommt jetzt einfach hier hin so bam bam tür door die 1.8 der türen gehen ja nicht deswegen nehmen wir die ganz normale die platzieren wir dann hier hin so jetzt brauchen wir natürlich noch glass panes glas schmerzen glass panes weil fenster und so fenster müssen halt sein so bam 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 ich baue es halt einfach mal so ein bisschen mittelalterlich ich denke dass wenn die meisten wahrscheinlich auch machen oder sie bauen einfach fast gar normales modernes keine ahnung mal schauen was dazu machen so jetzt machen wir das mal so bam 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 dasselbe hier auf der seite bam 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 so und jetzt müssen wir uns echt beeilen dass wir hier noch den cobblestone als dach dran bekommen weil ansonsten wird es ziemlich eng meine freunde ziemlich eng so bam 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 ok gut klappt so weit pfuh das dach dauert immer so ewig lang bei häusern es ist unglaublich diese dächer so bam 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 hier das noch hin dann das dahin wir haben nur noch zwei minuten was nicht sonderlich geil ist aber ich bin der festen überzeugung dass wir das tatsächlich noch hin bekommen könnten wenn alles glatt geht vielleicht auch nicht, aber ich hoffe es einfach mal so, jetzt machen wir natürlich noch das da hin, oh Gott, haben wir noch viel zu tun ich habe nämlich noch so eine voll coole Idee für den Innenhof und so das würde ich eigentlich auch gerne noch machen, aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen zeitlich oh Leute, wir haben Zeitdruck gar nicht gut gar nicht gut ich gehe dann auch immer so hoch mit meiner Stimme, weil ich so hysterisch bin hilft mir so weit ganz gut, okay, gut so, jetzt brauchen wir ein Sapling wir nehmen einfach mal den ganz normalen brauchen wir Bone Meal das nehmen wir mal hier jetzt machen wir nämlich hier noch einen coolen kleinen Baum hin weil, wer hat nicht einen Baum vor der Hütte ist jetzt zwar nicht der Baum, den ich mir erwünscht habe aber wir nehmen uns ein paar Stairs kann ich das bitte richtig schreiben, Dankeschön so, jetzt die und dann nehmen wir noch ein Sein dazu, weil Seins cool sind machen das so, machen das so, dann okay, gut dann so, was können wir noch machen wir können noch einen Schornstein machen also nehmen wir uns noch ein paar Pricks so ist in Ordnung dann machen wir mal so jetzt nehmen wir uns noch ein paar Cobwebs Cobwebs, Cobwebs, Cobwebs machen wir so okay und dann machen wir nochmal so ein bisschen bla 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 und dann ist das jetzt unser Häuschen gut cool, haben wir geschafft bam F2 cooles kleines Häuschen ich weiß nicht wie ihr es findet aber ich bin relativ zufrieden damit und ich bin sogar noch in der Zeit fertig geworden Mensch Mensch Leute wisst ihr was ich glaube wir haben vielleicht noch Zeit wenn wir hier reingehen könnten hier zumindest das auszufüllen dass es nicht ganz so leer hier aussieht sonst hat man da so Löcher über den Fensterscheiben das ist nicht so ganz so cool wenn man da Löcher über den Fensterscheiben hat weil wer hat schon gerne oh geil ich komme nicht mehr raus gut ähm okay kleines schnuckeliges Häuschen kriegt von mir das ist okay weil es sieht nach Haus aus und das will schon was heißen bei diesem Server hier ja und er hat mit den Effekten gearbeitet das ist natürlich echt geil das hätte ich vielleicht auch machen sollen Mist merke ich mir fürs nächste Mal weil das sieht echt gut aus habe ich super gemacht oh guck mal wer hat denn diese schnuckelige kleine Häuschen gebaut das ist ja cool ähm mal gucken was die Leute so sagen dazu können sie reingehen bitte sag sie können nicht reingehen weil ansonsten sehen sie die Löcher über den Fensterscheiben so wie hier das ist halt so eine Sache ähm ja mal gucken was noch so kommt okay das ist ganz cool ah mehr oder weniger kriegt von mir ein It's Okay weil es ziemlich hell ist im Shader und ich würde nicht drin wohnen wollen also ehrlich nicht kein Haus für mich würde ich nicht drin wohnen wollen hm weiß nicht würdet ihr das machen ich würde es nicht machen genauso wie in diesem Schmuckstück das sieht echt ziemlich hässlich aus so sieht kein Haus aus what the fuck wer baut so ein Haus ähm aber er hat die Tür offen gelassen das hätte ich vielleicht auch machen sollen Dungees was auch immer Dungees ist hm keine Ahnung auf jeden Fall das sah ziemlich schrecklich aus was haben wir denn hier ah ein Block in Minecraft geil das muss ich mir erstmal angucken okay interessant kriegt von mir ein Mäh weil das ist auch nicht so das Ware von meinen ähm aber er hat ganz schön Betrieb an der Tür hm wer weiß hat auch ziemlich wenig Fenster kann das sein ich glaube hm es sollte mir zu denken geben ah ja mein Eisableading habe ich mir schon beinahe gedacht aber immerhin hat er ein Schlafzimmer wo keiner reinkommt weil keine Tür drin ist und man von außen rein spannen kann hey du na geht es dir gut okay jetzt keiner mehr drin in Ordnung die Leute bauen nur ziemliche Scheiße kann das sein hm ach wer baut denn sowas Leute das sieht immerhin schon mal ein bisschen mehr nach einem Haus aus aber da fuck da will doch keiner drin wohnen hallo was ist denn falsch bei euch ich verstehe die Leute nicht ehrlich nicht da rede ich sogar ein bisschen langsamer einfach weil ich traurig bin oh ah mein Eisableading aber immerhin hat er ein überstehendes Dach und er hat ein Walmdach gebaut zumindest auf einer Seite aber auf der anderen Seite nicht warum weiß ich auch nicht weil das keinen Sinn macht keine Ahnung ähm WTF was ist das ja gut gut ich verstehe es nicht ich verstehe es ehrlich nicht okay das sieht sogar verhältnismäßig ziemlich geil aus das ist kriegt von mir ein Gurt weil das sieht eigentlich ganz cool aus doch hat was modernes würde ich jetzt nicht unbedingt drin wohnen wollen aber ist gar nicht so schlecht hm kann man machen vor allem die Fackeln sind cool okay ein Haus mit Garten wo ich nicht als Kind drin spielen wollen würde ähm kriegt von mir ist okay ne kriegt von mir ein Mäh weil das Dach auch ziemlich scheiße aussieht und ja und er hier nur so ein Gatter hat als Tür ich verstehe die Leute nicht I'm Asian YouTube oh Leute oh wittere ich da etwa ein na das gibt ein Gut weil ich will ja dass man jetzt gewinnt oh das sieht echt ziemlich geil aus das sieht cool aus das sieht echt cool aus meine Freunde Mensch ich hatte ich hatte schon kurz den Glauben in die Menschheit verloren aber das sieht echt geil aus und wer hat das Ding gerockt mit 184 schniken hellblauen Punkten THX THX bitteschön gut naja ich hoffe natürlich wie immer es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat gebt dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder ciao oder kein wenn es euch gefallen hat dann